Also echt, Leute, ich weiß nicht, was ihr alle immer habt. Mit mir macht's Rennspiel Spaß, dass NFS-Eater-Speak-Tipps ist, auch wenn man, wie verständlich, eigentlich einen würdigen Nachfolger erwartet. Da das ja kein so erwartungsvolles bzw. gutes NFS geworden ist. Ich muss selber zugeben, es ist anders als erinnert an ältere Generationen. Es ist und bleibt einfach etwas anders da. Aber wirklich richtige Need for Speed bzw. NFS-Most Wanted-Fans werden dieses Spiel wirklich nicht mögen. Ich selber hab beide Generationen des NFS, also nicht ganz der NFS, das Need for Speed Most Wanted 2012, was ich jetzt zeig, die englische Variante und auch die Need for Speed Variante von 2005. Ich muss sagen, grafikmäßig ist das Spiel eigentlich ein bisschen besser. Die Polizei ist eher noch Hintergrund als Hauptfigur und kann somit eigentlich schon wieder eher weniger gut funktionieren. Das Spiel erinnert auch eher mehr an andere Generationen, also grafische Entwicklung herrmäßig. Und das Soundtrack ist das Schlimmste von allen. Ich mach jetzt gleich so den Ton leiser, damit man mich hier noch einigermaßen versteht. Was soll ich sagen, ich zocke hier gerade live, ich bin hier live unterwegs. Es sind manchmal zu viele Bildeffekte, also das muss ich echt sagen, da kann ich einigen anderen, die das Spiel schon gezeigt haben, nur recht geben. Und für ältere PCs ist das wirklich nichts, weil, und vor allem dann, wenn man's auch noch aufzeichnet, so wie ich, weil ältere PCs mit schwächerer Leistung neigen dazu, das Spiel zwar nicht komplett flüssig, aber einigermaßen gut flüssig herzugeben. Aber wenn man dann auch noch aufzeichnet, dann gibt's Ärger und dann hängt's. Ich hab hier ja schon ein Windows 7 und ein Windows XP dafür zu spiel gar nicht geeignet. Was auch großteil schon das NFS Most Wanted 2005, äh nicht das wie Most Wanted 2005 auch schon war, war auch schon nicht schwer wirklich für Windows XP. Weil's einfach mal Leistungswesen für manche PCs einfach zu schwach war, äh zu stark war. Und die PC ist einfach großteil schon zu schwach für das Spiel. Also das ist wie immer eine hohe Anforderung an die PCs, die sie spielen. Ja. Also das wärst mich am meisten. Zack. Batsch. Aber ich find's toll, dass die Wagen schaden, das sicher. Alles gut, ja. Auch Legro, ja. Ich seh grad, ich hab mein... meine Aufzeichnung ist richtig... äh... gut... eingestellt. Oh, dass der Rest von meinem Bild fehlt, grad merk ich. Bitte. Nee. Also, ich muss hier nochmal kurz abbrechen und... wenn ich gleich noch einmal... mal weg... ... Vielen Dank.